Moin moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Deep Despair Folge. Tiefe Verzweiflung war das, ne? Ja. Wir spielen mit Hoppel auf Piggy. So, wir sind das letzte mal hier stehen geblieben. Ich muss mal eben gucken. Was haben wir, was haben wir? Wir haben auf jeden Fall keine Hole. Ich glaube, ich... Scheiß Gras. Oh, jetzt habe ich aus Versehen das Ding abgemacht. Okay, warte mal. So. Dann platzieren wir das doch hier mal eben wieder. Und dann holen wir uns doch mal eine Hole. So, eine Hö. So, was können wir jetzt mit der Hö machen? Können wir damit hier vor der Tür auch eine Löcher machen, oder nicht? Ne, ah, ne, da macht er jetzt... Da macht er jetzt hier so ein komisches Ding, dass man mit diese Dinger... Jaha, guck mal. Okay, dann machen wir hier vorne doch mal vor der Tür so einen kleinen Garten. Ich würde sagen, so ein Fünfergarten. Das hier erstmal das ganze Gestrüpp hier, ne? Das ganze Gestrüpp. So. Also 1, 2, 4 und hier ist die Nummer 5. So. Pupp, 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 Pupp. Ich weiß nicht, müssen wir... Ähm... müssten wir die Gießen? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, warum nicht? So. Keine Ahnung, ob das reicht, was wir jetzt hier machen. Auf jeden Fall ist das so unser kleiner Garten jetzt quasi. Müsste eigentlich noch symmetrisch abgeriegelt werden, dass da keiner drauf rumlatscht. So. Pupp, 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 Pupp. So. Ah, diese Büsche hier, ne? Geht doch mal weg. Vor allem die wachsen die ganze Zeit nahe. Das ist so ätzend. Viel zu schnell wächst das hier alles. So. Das ist also. Ich könnte jetzt natürlich hier noch so lang eine Linie... Oh, weiß du was? Das mach ich auch. Obwohl, warte mal, warte mal, warte mal. Wir könnten an der Linie... doch... Das so machen, oder? Äh, hier hab ich jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Kann man das irgendwie wieder heile machen? Vielleicht so ein bisschen mit der Schaufel. Okay, wir haben gar keine Schaufel. Äh, kann ich da noch Holz platzieren drauf? Ja. Holz würde noch gehen. Wissen wir mal, und das Holz, das packe ich hier einfach so hin. Das soll... quasi... das darstellen, dass wir hier gerade... am Einpflanzen sind. Warte mal so, so. Mach ich hier auch so einen Vierer hin. Und dann plumm, plumm, plumm... Das ist jetzt unser Garten. Und die, weißt du was? Die packe ich nicht direkt an der Wand. Die packe ich... mittig hin, oder? Oder so? Oder so? Nee, das ist zu viel, oder? Ich lass die weg. Ich mach das so. So lass ich das. So, was haben wir sonst? Wir haben kein Holz. Doch Holz haben wir noch so ein bisschen. Aber wir brauchen ja so oder so trotzdem Holz. Also batsche ich das mal eben hier so hin, und dann holzen wir das direkt da ab. Aber nur diese Reihe natürlich. Und vielleicht machen wir uns dann danach eine Steinaxt. Ich weiß noch nicht. Dieses Gras hier vor der Haustür, ne? So, einen Boden gibt es nicht, oder so, ne? Wir können keinen Boden bauen, oder? Bodenfens. Was ist das hier eigentlich? Bodenfens. Das ist noch ein... Ein Sound ist das, ne? Statt das. Was brauchen wir dann für Bodenfens? Bodenfens. So, so und so. Okay, warte mal. Warum nicht? Machen wir das nochmal. Also Stick, 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 Stick. So, und dann plump, 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 plump. Wie viele brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Also 10. Oh nein, keine Sticks mehr? Zählt auch nix. Zählt auch nix, keine Sticks mehr hier. So. So und so und so und so. Äh... So. 10. So, wir haben jetzt 10. Jetzt muss das erstmal natürlich... 1, 2... Oh, wir brauchen 12. Okay, wir brauchen noch 2. Gut. Noch 2. Ach so. Was mache ich denn hier? Bam 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 bam. Und bam 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 bam. So, bum bum. Wird das schon wieder abends? Uh, es wird schon abends. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen beeilen. So, das Holz können wir ja wie gesagt trotzdem gut gebrauchen. Da ist auch schon der erste Baum gewachsen. Meine Axt ist weg. Zählt auch nix. So. Lassen wir das erstmal so. Und bauen uns mal eben eine neue Axt. Können wir uns denn eine Steinachs bauen? Können wir. Können wir noch eben kurz den Zaun hier zu Ende machen. Geht auf jeden Fall schneller. Geht auf jeden Fall schneller. So. Tür ist drin. So. Jetzt ist es wieder Abend. Das heißt. Wir durchs. Ähm. Wir erforschen mal ein bisschen das Buch hier. Können wir denn sonst noch machen. Eine Kiste. Da könnten wir alles reinpacken. Batsche ich mal hier so hin. Wir können hier gar nichts mehr hinbatschen. Kann ich das Dreck da wieder reinlegen? Ich glaube ja ne. Ich glaube ja ne. Jetzt kann ich zumindest das Holz da wieder hinlegen. Okay. Dann batschen wir da doch nochmal die Truhe wieder hin. Wutsch. Und batschen da jetzt erstmal die Samen rein. Den Dreck den brauchen wir noch. Die Archons. Ich weiß nicht wofür das ist. Die kochen wir gleich noch. Die kochen wir gleich. Die kochen wir gleich. Die kochen wir gleich. Die kochen wir gleich. Die essen wir jetzt. Und da drum. 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 Man sieht hier wieder einfach mal einen Scheiß. Deswegen. Äh. Ein Holz. Und erstmal so. Damit wir ein bisschen Licht haben. Dann nehm ich mir den Dreck in die Hand. und leg hier erstmal das Dreck wieder rein. Hier kann man nicht, das war schon. So, was hatten wir hier noch? Der Tamborau. So, hier kann man nicht den Dreck einfach hinlegen, ne? Das heißt, den Dreck, den wir hier hinlegen, brauchen wir hier auch. Na gut. Vielleicht damit da nichts mehr wächst, müssen wir erstmal, ne, oder? Dass wir erstmal hier so alles kaputt machen und dann die Erde wieder raufpacken, damit das Gras hier nicht wächst. Gibt's hier ja echt kein Boden oder so? Kapett, wurden Blöcke, Blöcke, Asphalt. Da brauchen wir ja Kravill für. Wie macht man Kohle? Oder Berysseed? Ach, damit kriegen wir, oh. Wie viel haben wir denn davon? Die können wir also auch herstellen. Warte mal. Äh, dann batsche ich die anderen doch mal hier rein und holen wir noch mal so ein paar Zies. So, ich leg nochmal Feuer nach. Bup. Dann können wir nämlich draußen auf dieser Seite Bären anlegen. Berys, diese hier. So, was machen wir denn mit Fertinizer? Wir haben ja auch kein Rezept mit Fertinizer, ne? Ah, doch. Wir können doch hier. Einmalchen bauen. Industrung. Was das denn? Elektrische Brot. Wo kriegen wir das denn her? Brot. Weizen. Ein Bett. Oh, sag nicht, wir können uns ein Bett herstellen, dass es dann hier abends kuschelig ist. Kann ich da rein? Hallo? Äh, wir haben ja noch eine rohe Kartoffel. So, wieder hier. Bam. Können wir jetzt hier rein oder nicht? Ich kann da nicht rein. Wozu bist du da, Bett? Ich dachte, damit ich schlafen kann. Auf F vielleicht benutzen? Nö. Okay, man kann im Bett nicht schlafen. Das ist einfach nur so da. Leder, Leder, Leder. Ironplatte. Electric brauchen wir Redstone für. Alles klar. Das sieht mir noch ein bisschen alles kompliziert aus. Clay. Keine Ahnung, wo wir Clay herkriegen sollen. Gunpower brauchen wir ja. Kohle, das und Sulfur. Hier ist nix. Hier ist nix. Leder, das ist alles Leder, ne? Okay, irgendwie als würde hier was fehlen, ne? So, Brötchen hau ich mir mal direkt rein. Oh, ich hab den Ofen abgebaut. Ich seh hier einfach nix. 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 Dude. Na gut, dann würde ich sagen, damit können wir gar nix machen, ne? Was können wir denn mit Fortunizer machen? Können wir irgendwas mit Fortunizer machen? Nix. Nix. Keine Ahnung, wofür Fortunizer ist. Weißt du, wenn ich es irgendwie so machen? X oder so? Das ist ne Kiste. Das ist nix. Das ist auch nix. Ist das was? Nö. Na gut. Und hier können wir auch nix machen. So. Ja gut, dann pausier ich hier mal eben und warten, bis es wieder hell ist. Weil ich das Bett ja nicht benutzen kann. Obwohl man ein Bett hat. Total dumm. Man hat ein Bett und kann es nicht benutzen. Das ist doch richtig doof. Richtig doof. Na gut, dann bis gleich. So, es wird wieder hell. Komm, auf mein Bett wächst einfach. Gras. Unverzeihlich. Ähm, man konnte ja auch ne Kieskanne, glaub ich, machen, ne? War hier nicht irgendwo ne Kieskanne? So, da verbrauchen wir Clay. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier weg. Wir müssen ja mal irgendwie gucken, ob es hier irgendwie was gibt. Guck mal, was das denn? Ist das ne Spinne? Das ist ne Spinne. Holy. Holy. Was das denn? Ja, wo, wo, wie spane ich? Als ob ich jetzt unser Haus wieder finden würde. Aber das ist doch für'n Arsch. Erstens sind wir nackig. Zweitens sind hier überall Spinnen. Drittens werde ich mein Haus niemals wiederfinden. Ich weiß auch nicht, wo ich respawned bin. Das war's mit meinem Haus. Ja. Oh, gefunden! Liegen meine Sachen denn da auch noch? Ja! Meine Sachen liegen tatsächlich da auch noch. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö rumpaddeln. Ich glaube da aber nicht so dran. Ne. Lieber wieder zurück. Können wir ihn hauen? Auch nicht. Ja, die Frage ist jetzt. Wie kriegen wir jetzt die anderen Sachen her, ne? Die wir doch so brauchen. Also von der Kuh kriegt man Leder. Oh, hier kriegen wir Pfeil und Bogen. Äh, Pfeil und Bogen. Von den verbrannten Viechern. Na, da ist es. Hier ist auch noch ein Knochen. Ja, das ist das Gute, ne? Dass die Viecher in der Nacht verbrennen. Und wir dann alles hier schön brav einsammeln können. So, find ich mein Haus dann jetzt nochmal wieder? Alter, wie geil ist das denn, dass ich mein Haus wieder gefunden hab, wa? So, hier ist auch alles gewachsen. Ich glaube da fehlt noch Erde. Wollen wir gleich mal gucken. Ah, zwei Dinger sind nicht gewachsen. Äh, Erde. Nö. Man kann auch halt was hinstellen. Aber, siehst du was? Hier ist überall wieder ganz normal. Äh, denkst du. Ja, die Frage ist jetzt. Können wir denn alles hier... Was passiert denn, wenn wir das verbrennen? Kriegen wir da... Was kriegen wir denn? Kriegen wir dann Kohle oder so? Oh, Baby. So, so kriegen wir schon mal Kohle. Oh, komm mal, jetzt läuft der Hase. Er läuft. Er läuft. Mit der Kohle kriegen wir nämlich... Oh, warte mal. Wir wollten doch noch auf der Seite die Bären machen, ne? Mit der Hau. Zack, zack, zack. Dass wir ordentlich was zu essen haben. Sechs Bären hatten wir, ne? So, mach hier Fünfer wieder hin. Äh, da. Putsch. Ey, das kann ich hier gar nicht einpflanzen. Oh. Das müssen wir hier einpflanzen. Okay, warte mal. Okay, dann ist der jetzt weg. Dann brauchen wir eine Schaufel mal eben. Äh, Schaufel. Schaufel. Zack. Dann müssen wir ja mal eben hier. So, kriegen wir jetzt hier einen Baumstamm. Ah, wir haben gar keine Baumstamme mehr, ne? So, ich brauche einen Brau hier mal eben. So, um zu gucken. Ne, das ist hier immer noch. Warte mal. Wahrscheinlich muss ich erst mal die Erde da rausholen. Und dann die Erde wieder reinpacken. So, flupp, flupp, flupp. So kriegen wir ja die Bären da noch nicht rein, ne? Nein. Das heißt, die Erde muss da erst mal rein. So. Und jetzt? Aber noch nicht. Weil das muss erst mal zuwachsen. Okay, alles klar. Haben wir erst mal verkackt. Kann man nichts machen. So, 20 Kohle. Da, guck mal. Das sieht auch nach vernünftig aus. Mit der Kohle machen wir jetzt erst mal hier ein paar Torches. Behalten den sogar in der Hand. Äh, dann nehmen wir doch am besten ein paar mehr mit, ne? Brauchen wir Kohle. Und Stiggy. Und dann machen wir Stig, 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 Stig. So. 36 erst mal. Und dann so. Und damit können wir jetzt rein theoretisch, wie spät haben wir das? 13 Uhr. Hier in unsere Höhle, die direkt vor der Haustür ist. Jetzt müssen wir eigentlich auch was sehen. Oh, yeah. Und jetzt eine Spitzhacke. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist alles Stein nur, ne? Stein. Äh... Immer noch Stein? 8, 6, 11. Ach, das ist Kohle. Das ist Kohle. Und das ist Stein. Oh, wir haben ja auch schon wieder Hunger, ey. Am, 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 am. Geht hier unten die Zeit auch? Ja, hier unten geht die Zeit auch. Okay, das ist Stein. Uuh. So wie hier? Hä? Ich weiß nicht, was ist das? Gift? Gucken, was ist das? Ich habe hier eingesailt. Zulfurohr. Okay, irgendein, ein Ohrl. Zulfurohr, was heißt Zulfurohr? Keine Ahnung. Nehmen wir einfach erstmal hier so ein bisschen vor mit. Das ist kein Eisen, das ist Stein, ne? Ih, ein Zombie. Uuh, Spinnen. Und die bleibt da, ne? Ah! Jep, die bleibt da. So, jetzt brauchen wir da aber nochmal ein bisschen Fleisch, weil wir verhungern sonst. Bleib stehen. Ich brauche die. Ich brauche dich. Vor allem unser Level ist auch weggegangen, ne? Uh, wir können sogar die Fackeln da hinstellen. Hup. Hup. Hup stehen. Bleib da bitte stehen. Die Nacht bricht bald ran. Ich brauche Fleisch. Warum gibt es ja eigentlich keine Schweine? Ich möchte auch ein paar Schweine töten. Ah. Bei einem Kaktus können wir auch irgendwie nichts anfangen, ne? So, dieses Zulfur, was wir da gekriegt haben, das könnten wir... Oh, jetzt kann ich übrigens die Bären hier eben hinpacken. Warte mal. Bärchen. Bup. 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 Äh, hier geht das noch nicht. Jetzt. Bup. 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 Zulfur. Was können wir mit Zulfur machen? Ich guck mal eben hier im Rezept. Mit Zulfur können wir machen... Ne Gunpowder? Nein. Doch. Warte mal. Was passiert, wenn ich das da reinpacke? Next. Und so? 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 Next. Da stand ja irgendwie Dust oder so. Ähm. Aber Gunpowder, wofür brauchen wir Gunpowder? Wir brauchen dat hier. Eisen, Eisen haben wir nicht. Dat haben wir nicht, dat haben wir nicht. Ist das Zulfur? Nein, das ist auch kein Zulfur. Ich frage mich, wofür das Bett ist. Okay, hier können wir gar nichts machen. Kopper, Gold, Schwert, Diamant. Das ist Leder. Wir brauchen Leder. Leder haben wir doch gar nicht, ne? Wofür haben wir das denn jetzt hier? Zulfur. Wird so schön Zulfur eingesammelt? Ist hier irgendwas mit Zulfur? Sand, Gravel? Mit dem Knochen können wir auch nichts machen, ne? Gunpowder. Für, für das brauchen wir Gunpowder, ne? Alter, wo brauchen wir dat da? Das haben wir nicht. Ja, dann würde ich sagen... Zulfur ist was Falsches. Oh, warte mal. Oh, Schackeln verteilen. Kann man das da oben draufstellen? Nein. Noch ein bisschen ausleuchten hier. Hilfe. Hilfe. Hohohoho. So nicht. So, jetzt sehen wir auch endlich mal was, ne? Komm her, du. Oh, wir können die so hauen. Komm her. Komm her. Nein, wie kann man aus dem Ding hauen? Nein, der ist in meiner Bude. Jawoll, der ist tot. Das hat uns gar nichts gebraucht, dass er tot ist. Wir brauchen ein neues Schwert. Ein Eisenschwert können wir uns nicht machen. Ein Steinschwert, aber. Und vielleicht auch eine Steinspitzhacke schon mal vorweg. Steinspitzhack. Für später. Alles voll, ne? Ich packe mal eben hier das Zielzweck. Das weg. Dort. Ja, Zulfur habe ich keine Ahnung. Packen wir erstmal zur Seite. Böne und Pfeile packen wir auch mal eben weg. Und dieses komische Ferry-Dingsen. So, Kohle. Kohle kann man eigentlich mitnehmen. Den Feuerstein packen wir weg. So, dann nehmen wir auch noch mit. Packen das mal eben in die Kiste hier. Boop. Und dann mal eben... ...noch was braten hier. Danach das noch eben. Damit wir was zum... ...essen haben. Gekochter Beef. Hier ist Holz. Hier ist das. Hier sind Werkzeuge. Okay. Und hier. Das so. Und hier ist auch noch was zu essen. Kohle kann eigentlich drinne bleiben, ne? So. Dann machen wir das mal eben so. Dann fressen wir mal eben. Haben wir... ...haben. ...haben. Stress. So. Machen wir hier mal eben. Komm her. Komm her. Jawoll. Der ist jetzt weg. Uh. Richtig. Richtig. Action hier. Uh. Da ist ein Pfeil. Können wir den einsammeln? Aua. Nicht mal mein Gesicht. Komm her. Oh. Die Bären wachsen aber schon. Uh. Da kommt noch ein Zombie. Okay. Ich geh in die Bude. Ciao. Leute. In die Bude. Äh. Ordentlich. Aua gemacht. Die haben auch nix an Rüstung. Da können wir irgendwie eine Rüstung bauen. Irgendwas an Rüstung. Ja. Ledersachen nur. Wir haben kein Leder. Jawoll. Trau mich nicht. Jawoll. So. Jetzt aber. Rein in die gute Stube. Erstmal hier das wieder wegpacken. Und das wieder wegpacken. Und dann mal eben. Daraus können wir mal eben neue Seeds machen. Und man hier mal eben was neues hinflotzen kann. Ja. Dann müssen wir mal eben warten. Bis das wieder. Heller ist. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein Level. Bringt das irgendwas? Was willst du, äh? Oh nein. Meine Fackel. Uiuiui. Was wollt ihr hier? Ich möchte auf jeden Fall nicht mehr da sterben. Uiuiui. Ja. Hilfe. Komm her, du. Aua. Hab dich gleich. Jawoll. Der ist schon mal weg. So, hier noch ein paar Fackeln mal eben aufbauen. Zack, zack. Jawoll. Da ist er. Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Jawoll. Können wir seinen Bogen nur, ne? Oh, Spinne. Hält die Spinne aus? Oh, die Spinne ist tot. Okay, jetzt haben wir so ein Nest. Ich gehe mal, äh, ein Nest sag ich schon. So ein Netz. Mal gucken, was konnten wir mit einem Netz machen? Wolle, ne? Mit einem Netz können wir Wolle machen. Ein Netz, ein Wolle. Ne. Ach, vier Netze, eine Wolle. Okay, und was machen wir dann mit Wolle? Mit Wolle können wir so ein Kabett machen. Keine Ahnung, was das ist. Kavell. Oh, guck mal, das sieht auch cool aus, so. So, eine Action-reiche Nacht, würde ich sagen, ne? So, dann packen wir die Swings dann mal rein, zack. Eigentlich müssen wir Kühe schlachten bis zum Wett nicht mehr. Damit wir, äh, halt das Leder kriegen, ne? So, wir brauchen noch mal eben eine Beere, so. So. Mal eben hier neu pflanzen. Okay, verhungern wir mal, also nicht mehr. Können wir gar nicht mehr. Ich hätte gerne den Weizen auch fertig. Ich glaube, dafür müssen wir erstmal, ähm, jetzt bin ich überfüttert, ne? Defensiv Null. Das ist so scheiße, dass wir Defensiv Null haben. Aber hier wartet direkt eine Spinne, ne? Mal gucken. Kriegen wir die vielleicht platt? Ich seh nix. Scheiß Spinne, die hat uns direkt angegriffen. Oh, Mann, oh, Mann. Ich muss auch hier ein bisschen fucking füttern. Oh, das ist eine Kiste. Ja, wow. Was haben wir hier drinnen? Kohle. Wood. Eine Kohle, Wood. Und Clay. Jawohl, Clay. Können wir die auch abbauen? Jawohl. Noch ein Clay. Okay, was ist das alles hier? Spitzhack raus. Das können wir nicht abbauen. Kann ich nicht abbauen. Okay, den Zwingen packen wir erstmal zur Seite. Das genau so wie das. Und das ist wieder dieses Zulfur, oder? Zulfur, okay. Das ist Zulfur. Packe ich dann mal da hin. Ich höre da oben auf jeden Fall schon wieder was rumkriechen. Äh, fackeln packe ich mal am besten doch in die rechte Hand, weil dann kann ich kämpfen und gleichzeitig hier was hinlegen. Uh, warum so viele? Oh doch. Holy moly. Oh. Oh, komm her. Jawohl. Aber da oben ist auch noch einer. Vielleicht brauche ich mal eben mehr Sticks. Warte mal. Haben wir dann noch? Kohle haben wir. Und Sticky Sticks haben wir auch. Oh, nehmen wir mal eben hier so ein paar mit. Oh, keine Zeit. Ich muss mir hier tapfer. Tapfer, ja. Ha, 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 ha. Guck mal, so kriegen wir auch die Wolle zusammen dann. Äh, eh. So. So kriegen wir nämlich auch die Wolle dann zusammen. So, hier haben wir wieder Kohle, ne? Pum, 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 pum. Na gut. Kohle, Kohle, Kohle. Komm her, du. Jetzt weiß ich, wie man mich vernichtet. Einfach, uh, 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 uh. Ha, ha. Hu, Zombie gibt's hier auch, oder was? Ha, ha. Komm her, du. Oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Was haben wir? Eisenohr. Und Eisen. Und noch sowas. Sehr schön. Und noch eine Kiste, natürlich. An der ich jetzt nicht rankomme. Muss man eben die Steine nicht abbauen. Pum, pum. So, hier haben wir sonst nichts mehr, ne? Tup, tup, tup. Gehen wir mal hier weiter. Da haben wir wieder eine hässliche Spinne. Komm her, du. Ja, komm her. Komm her, du. Ja, komm her. Schönen den Arsch. Jawoll. Da ist sie weg. Oh, da ist, kommt noch ein Zombie. Da kommt noch ein Zombie. Jawoll. Jawoll. Und das Ganze ohne Rüstung, ne? Ui, ui, ui. Warte, mein Schwert ist gleich kaputt. Gleich ist mein Schwert kaputt. Dann können wir hier nicht mehr weitermachen. Oh, da ist noch so ein Skelett. Okay. Ja, dann gehen wir hier erstmal weg wieder. Können ja hier unten mal hingucken. Da ist noch so ein Zombie. Zwei Zombies sogar. Wie spät ist das draußen? Oh, schon 8 Uhr. Ey, was dat denn hier auf dem Rückweg? Oh, fuck. Oh, nein. Oh, no. Hey, dat da, weil Licht ist doch hier nix. Wegen Licht. Oh. Hammeru. Ich hätte nicht gedacht, dass sie hier Gegner sind. Ist doch hier alles ausgeleuchtet. Hallo. Ich lebe. Na, 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 na. Ah, guck mal. Guten Morgen, Herr Nachbar. Was geht ab? Herr Nachbar, was geht ab? Mensch, wir brauchen aber lange zum Sterben. Wenn du mich jetzt noch tödst, ne? Mit deinem letzten Willen. Geh doch stot. Stirb doch. Stirb doch. Oh, hat das gedauert? Bis der mal gestorben ist. So. Dann hier mal eben die Sachen. Das da rein. So. Kisten. Da könnte ich eigentlich mal eben eine daneben noch batschen. Oh. Kann ich nicht. Kann ich nur so. Okay. Ähm. Zufuhr. Okay, wir haben Eisen. Das ist sehr gut. Und wir haben vier Clay. Dann erst einmal müssen wir was essen. Erste Mal was essen. So. So, dann brauchen wir auf jeden Fall jetzt haben wir Eisen, ne? Aber das reicht nicht. Wir haben nur drei. Einen Eimer. Eimer bringt uns nichts. Eisenplatte. Da bräuchten wir zwei Platten, aber da fehlt auch noch, hier, da fehlt das elektrische Ding. Naja, damit können wir noch nichts anfangen. Ein Eisenschwert. Ein Eisenschwert könnten wir machen. Hier füllt uns. Hier füllt uns. Hier füllt uns einfach alles. Okay. Was brauchen wir? Äh, ne... Aber weißt du was? Wir machen uns einfach ne Stein... Äh, ne... Eisensch... Eisenschwert. Achso. Wir brauchen erstmal ein paar Sticks. Wir haben keine Sticks mehr. So, 64 Sticks. Wird ja wohl reichen, ne? Eimer Ohr. Warte mal, wir haben ja noch ein Ohr. Ohr. Ohr, ohr. 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 Ohr, ohr. 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 Ohr, ohr. 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 Ohr, ohr. Ohr, ohr. Ohr, ohr. Ohr, ohr. Ohr, ohr. Ohr, ohr. so ich würde ich werde am liebsten sogar am liebsten eine eisenspitzhacke machen dank schön für diverse andere dinge so die packen wir gleich mal eben weg und dennoch ein eisenschwert das muss doch eigentlich auch noch gehen ein eisenschwert jawoll eisenschwert und dann machen wir uns noch vorsichtshalber ein steinschwert falls die kaputt ist so so wir wollen nichts mal zu essen deswegen als erstes als erstes scharf direkt weg klopft zwei schläge dann ist das schaf banane du auch du hältst länger durch vielleicht war das schaf auch schon angeschlagen kann es ja auch auch mal ich glaube wir haben leder gekriegt sehr gut wir kriegen beef und dings ne da haben wir gar nicht oder doch so da unten die kuh auch noch hier auf dem sand ist so easy da kommen wir da ist auch noch ein höhleingang ich muss da kommen ja wohl endlich kommen wir hier auch endlich kommen ja auch mal ein bisschen voran wollen wir kriegen aber irgendwie gar nicht doch jetzt haben wir auch wolle gekriegt jetzt haben wir auch wolle 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 das soll bedeuten in die richtung in die richtung ist unser haus als kleines wahrzeichen vielleicht die letzten tiere hier oben nochmal eben komm her du komm her komm her jawoll und da oben die eine kuh auch noch und die kuh auch noch in der hoffnung dass wir natürlich läder kriegen das tut du mal bleiben sie stehen ich tue nix ich tue nix hat er gesprach er und rammte das messen messer zwischen den augen Wie viel Leder haben wir denn schon? 13 Leder. Ich bin zu langsam. Oh, und da kommt noch mehr Leder. So, gleich haben wir auf jeden Fall genug Leder. Wenn nicht sogar jetzt schon. Und Fleisch haben wir auf jeden Fall jetzt auch eine Menge. Oh yeah. Ja, dann gehen wir kurz nach Hause. Backen das alles mal eben durch. Oh, noch ein Walle gehabt. Hier auch noch mal Tierchen. Komm her, jawohl. Jawohl. Überall Blut und Gedärme. Blut und Gedärme. Hallo. So, dann würde ich sagen. Brozeln wir das mal eben. Haben wir noch genug Kohle? Ne, ne. So, in die Kiste packe ich Kisten. Und das Ding. Ich meinst ja nur, kann ich auch Holz reinpacken, ne. So, und in der Zeit mache ich mal eben das hier. Poin. Zick. Oh yeah. Zick. Oh yeah. Und, kriegen wir das jetzt auch noch zusammen? Die Hose. Nein, zwei Leder fehlen. Du brauchst noch zwei Leder. Du bist schuld. Was kann denn das Schaf dafür? Vieles. Können wir irgendwas essen? Komm her. Bitte, gib zwei Leder. Ich brauch noch zwei Leder. Komm schon. Ah, kein Leder. Warum nicht? Da ist noch eine Kuh. Vor allem, es wird schon wieder abends. Oh, waren noch zwei Leder? Ich glaub, das waren zwei Leder, ne. Wir haben jetzt sieben. Ich glaub, ja. Ich glaub, das waren zwei. Bam, 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 zick. So, und pack ich dann mal eben hier rein. Äh, 23. Holy junior. So, zu essen haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal genug. Und die Hosen. Jawohl, das waren zwei. Batsch. So, jetzt seh ich scheiß aus, ne. So, dann würde ich sagen, nächste Folge gehen wir voll ausgerüstet. Also nächste Woche. Letzte Folge dann. Oder, warte mal. Joa, nächste Woche, letzte Folge. Dann machen wir nochmal die Höhlen und gucken da nochmal in Ruhe alles ab. Und checken mal die Lagen, wie die Lagen Lagen sind. Also, unbedingt wieder einschalten. Lasst am besten ein Abo da. Ich würd mich auf jeden Fall freuen. Bis nächste Woche. Oder in einem anderen Game. Haus rein. Tschüss.